Ich freue mich, Sie zur 13. Vorlesungswoche in unserer Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie hier heute begrüßen zu können. Vorneweg ein paar Informationen zur Klausur. Wir nähern uns dem Ende der Klausuren, dem Ende der Volllesungszeit. Das heißt, die Klausur rückt näher. Gute Nachrichten auf jeden Fall für all diejenigen von Ihnen, die eine Online-Klausur präferiert haben. Aufgrund der leider immer noch etwas hohen Inzidenzwerte in der vorherrschenden Pandemie haben wir uns jetzt im dozierenden Team zum Glück all die formalen Voraussetzungen und formalen Hürden soweit geklärt, sodass wir jetzt verkünden können, dass wir unsere Klausur in einem Online-Format auch gestalten werden. Zur Klausuranmeldung würde ich Sie bitten, den Link, der hier auf der Folie angegeben ist, zu verwenden. Sie haben den auch schon via E-Mail entweder bekommen, wenn Sie in unserem Ilias-Kurs angemeldet waren oder angemeldet sind weiterhin bzw. via Greatcraft. Es ist wichtig, dass Sie sich für die Klausur anmelden bis zum 26. Februar, damit wir zum einen wissen, für welchen Klausurteil, wie viele Personen angemeldet sind. Unter anderem auch bezüglich, wie viele Varianten der Klausur wir dann quasi Ihnen zur Verfügung stellen, um die Ihnen dann auch während der Klausur oder zur Klausur dann auch zufällig zugeteilt werden. Allgemein, ich sehe gerade, dass jemand im Chat schreibt, dass der Tone weg ist. Ich mache trotzdem mal weiter. Auf der YouTube-Aufzeichnung ist es auf jeden Fall da. Ja, okay, aber bei den anderen können alle etwas hören. Okay, super. Kleiner Schreckmoment da. Genau, Klausur wird quasi in drei Zeitblöcken sein, weil unsere Veranstaltung, die Einführung in die pädagogische Psychologie, wird als ein Teil für diejenigen von Ihnen, die eine Modulprüfung machen, die die Vorlesung Einführung in die pädagogische Psychologie, die ja Genostik und die empirische Bildungsforschung umfasst. Für diejenigen von Ihnen, die quasi diese Modulprüfung machen, die werden quasi alle drei Klausurteile absolvieren. Je nachdem, in welchem Semester oder zu welcher Prüfungsordnung Sie sich zugehörig fühlen. Und das ist eine der Veranstaltungen, wo wir wirklich 20, 25 verschiedene Prüfungsordnungen quasi versammelt haben. Allgemein mit ganz vielen verschiedenen Studienrichtungen. Und gefühlt braucht auch jede Person irgendwie andere formale Voraussetzungen zum benoteten Scheiner. Von daher ist quasi diese Lösung so, dass Sie sich für jeden der Klausurteile, die Sie benötigen, über dieses Online-Formular anmelden und dann auch die jeweiligen relevanten Klausurteile für Sie dann am Tag der Klausur absolvieren. Also wenn Sie quasi alle drei Klausurteile brauchen, dann würden Sie sich für alle drei Klausurteile anmelden und auch die Prüfung für alle drei Klausurteile absolvieren. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen der Teile schon absolviert haben oder der nicht relevant ist für Sie, dann melden Sie sich bitte nicht für diesen Teil an und diesen Klausurteil brauchen Sie dann auch logischerweise nicht bearbeiten. Die Zeitfenster sind fest vorgegeben, unter anderem ebenfalls, damit Sie auch kleine Pausen zwischen den jeweiligen Klausurblöcken haben. Wenn Sie beispielsweise jetzt nur die pädagogische Psychologie brauchen, wunderbar, dann haben Sie ein wesentlich kleinereres Zeitfenster, weniger Stress, definitiv ein Vorteil für Sie. Es gab auch schon die Frage von wegen, kann man, wenn man mehrere Klausurteile absolviert, die Zeit, die man in einem Klausurteil spart, in einem anderen Klausurteil verwenden? Das ist leider nicht möglich in unserem Format, was wir jetzt vorgesehen haben. Auch noch eine weitere Ergänzung, Sie sehen, wir haben circa 30 Minuten Zeitfenster für jeden Modulteil, in dem wir uns befinden. Für die Diagnostikvorlesung, weil diese auch viel, oder zumindest, soweit ich das verstanden habe, im Zweifel fragen Sie da lieber noch bei Frau Professorin Golle auch direkt nach, beinhaltet die Klausur auch unter anderem, dass Sie verschiedene Berechnungen anstellen oder quasi auch verschiedene Zwischenergebnisse brauchen, um dann eine Lösung anzugeben. Für diesen Klausurteil wird es voraussichtlich, wie gesagt, mehr Informationen werden Sie auch noch bald bekommen, 30 Minuten haben. Im Vergleich dazu ist das Aufgabenformat bei Herrn Professor Trautwein und bei mir so angelegt, dass wir Sie quasi schon mit den Spissaufgaben auch direkt darauf vorbereitet haben. Das heißt, wir haben bei der Klausur zu dieser Veranstaltung sieben Themenkomplexe mit jeweils vier richtig und falsch Fragen. Das heißt, es wird sehr viel quasi das Wissen abgerufen, was Sie quasi auch schon jetzt im Laufe der Vorlesung auch erfahren haben. Also wirklich sehr, sehr summatives Assessmentformat. Und für dieses Format sind wir zurzeit noch am Spanken, ob wir aus dem 30-Minuten-Intervall, was wir für unsere Vorlesung jeweils vorgesehen haben, ob wir da Ihnen 20 Minuten für die Klausur geben oder 25. Das schauen wir auch noch so ein bisschen hinsichtlich der Probeklausur, die wir Ihnen ebenfalls in dieser Woche frei halten werden. Genau. Ich schaue kurz in das Chatfenster, weil es da auch noch ein paar Fragen gibt. Kann man die Fragen am Ende einmal durchgehen? Genau, ja. Für jeden Prüfungsteil können Sie die Fragen dann am Ende noch einmal wiederholen. Sie werden auch quasi in der Probeklausur sehen, ist es quasi ein eigener Ilias-Ordner mit, so wie bei den Quizzen zu den jeweiligen Vorlesungen. Für jede Vorlesung ist dann quasi ein eigenes Quiz, ein eigener Klausurteil. Und auf den klicken Sie dann drauf und dann kriegen Sie quasi Ihre Klausur. Und am Ende, wenn Sie quasi alle Fragen für die jeweilige Klausur absolviert haben, können Sie die auch noch einmal sehen. Okay. Klausur ist nun definitiv online. Online, ja. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, kriegen Sie dann eine Bestätigung. Nein, kriegen Sie leider nicht. Aber wir werden Sie voraussichtlich in der nächsten Woche oder so, aber in jedem Fall nach dem 26.02. dem Prüfungsordner hinzufügen. Und dadurch werden Sie quasi dann nochmal via E-Mail dann eine Benachrichtigung auch erhalten. Das heißt, falls Sie da diese Benachrichtigung bis, sagen wir, Anfang März nicht erhalten haben, dann wenden Sie sich bitte anders an mich oder die anderen Dozierenden. Okay. Genau. Wenn Sie weitere Fragen haben, wir haben auch schon super viele Fragen in der Vorlesung letzte Woche geklärt, vor allem so zum Prüfungsformat und an unsere Prüfungsaufgaben. Ich kann Sie dazu nur einladen, sich diese 10, 15 Minuten auf unserer YouTube-Aufzeichnung dann auch noch einmal anzusehen, beziehungsweise wenn Sie noch darüber hinaus weitere Fragen haben, können Sie diese auch sehr gerne anstelle mir diese Fragen via E-Mail zu stellen, lieber in das Piazza-Forum schreiben, weil, falls jemand anderes noch die gleichen Fragen haben sollte, würden die dann auch quasi ebenfalls auch gleich mit beantwortet. Genau. Eine kurze Frage. Sollen wir bei der Anmeldung im Studienfach auch die Prüfungsordnung angeben? Wäre zu empfehlen. Genau. Also, wenn Sie quasi Ihre Prüfungsordnung angeben wollen, können Sie das gerne machen. Falls Sie sich bereits schon angemeldet haben, brauchen Sie dies allerdings nicht noch einmal. Also, das heißt, für alle diejenigen von Ihnen, die sich schon angemeldet haben, Prüfungsordnung noch einmal zusätzlich angeben, ist nicht erforderlich. Gibt es in Ihrem Klausurteil immer richtig oder falsch? Oder kann es auch sein, dass mal keine Antwort stimmt? Sehr gute Frage. Da habe ich auch direkt eine Folie dafür zubereitet. Und zwar, Sie werden das jetzt auch quasi hier so allgemein sehen, was Sie auch quasi dann auch in der Probeklausur erwartet, beziehungsweise das gleiche Format werden Sie dann auch in der Klausur am 9. März ebenfalls haben. Das heißt, Sie kreuzen quasi jeweils zu dem Oberthema an, welche der folgenden Aussagen korrekt sind. Und das kann mal sein, dass halt vier der Aussagen korrekt sind, drei, zwei, eine oder halt auch, dass das keine der Aussagen korrekt ist. Also, das ist alles soweit möglich. Wichtig auch noch hier, wir haben quasi für die Klausur dann einen Zoom-Raum eingerichtet, wo Sie Fragen stellen können, beziehungsweise ich bin ebenfalls auch telefonisch über meine Bürorufdummer erreichbar. Für diese Klausur werden leider keine zusätzlichen Hilfsmittel zugelassen. Das heißt, irgendwie Folien verwenden oder Ihre Hine-Webs oder quasi als Telefon-Joker Ihre Mitstudierenden sind leider für diese Klausur nicht erlaubt, obwohl wir quasi so ein Online-Format haben. Der Grund ist, ich bin persönlich kein Fan davon, aber der Grund ist, dass wir diese Klausur schon über viele Jahre angeboten haben. Und wir wollen auch vor allem Vergleichbarkeit über die Jahre, die wir halt auch schon vorher gehabt haben und auch die Jahre, die wir zukünftig in den hoffentlich bald coronafreien Zeiten haben, ebenfalls gewährleisten. Von daher bleibt uns da leider keine andere Wahl. Sie müssen dazu, das werden Sie quasi dann in dem Probeklausurordner dann auch sehen und auch bei der richtigen Klausur ein Formular hochladen, wo Sie dann quasi mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie keinerlei Hilfsmittel verwenden. Dieses Formular laden Sie dann quasi hoch. Also quasi in dem Online sehen Sie dann die drei Klausurteile als Quizze und noch ein weiteres Quiz, Quiz quasi, wo Sie die Eigenständigkeitserklärung hochladen können. Dieses Dokument wird sich ebenfalls dann in diesem Ordner befinden. Das heißt, Sie können sich, Sie haben ja auch gesehen, die Klausur beginnt schon früher, aber Sie kommen schon früher in den, also das allgemeine Klausurzeitfenster beginnt früher, dass Sie auch quasi früher in den Ordner herein können, um sich beispielsweise diese Eigenständigkeitserklärung herunterzuladen, sie digital zu unterschreiben oder ein Foto davon zu machen mit Ihrer Unterschrift und diese dann hochzuladen. Sie können sich diese Eigenständigkeitserklärung logischerweise auch schon vor dem Klausurzeitfenster herunterladen. Kamera während der Klausur einschalten? Nein, das ist nicht erforderlich. Noch eine andere Frage. Müssen wir uns nur einmal mit dem Link anmelden? Genau, ja. Dieser Link ist der gleiche Link für unsere Veranstaltung hier zur pädagogischen Psychologie, für die Diagnostikveranstaltung und die Veranstaltung zur empirischen Bildungsforschung. Also quasi nur ein Anmeldeformular für die drei Module. Genau. Super, ich glaube, das ist dann soweit die Fragen alle geklärt. Sie kriegen auch noch ein weiteres Klausur-Informationsblatt. Diese Woche werde ich das auf Greatcraft bzw. Ilias hochladen. Und ich glaube, dann sind wir auch wirklich gut vorbereitet. Und ich glaube, klar, mit Corona, wir alle würden, glaube ich, lieber eine Präsidenzklausur schreiben. Aber theoretisch würden wir auch die Hörsäle dafür haben. Und die Uni ist prinzipiell, wäre auch damit einverstanden gewesen. Aber ich glaube, zumindest von Stand heute, das kann sich natürlich auch verändern mit der Zeit. Sie wissen ja selber, wie sich sowas dann auch verändert. Aber ich glaube, im Sinne vom Infektionsschutz und auch wirklich den vielen, zahlreichen E-Mails, die wir als Dozierenden-Team erhalten haben, ist doch die Online-Klausur die beste Lösung in der derzeitigen Situation. Ja, so viel zur Online-Klausur. Wieder 15 Minuten, krass. Naja, die Fragen vom Quiz, die wir jetzt in der letzten Woche betrachtet haben zur Unterrichtsqualität, sehr viele auch sehr korrekt beantwortet. Das freut mich auch sehr. Und zwar sehr wichtig, da die Unterscheidung zwischen Sicht und Tiefenstruktur, wenn Sie die Unterrichtsqualität betrachten. Dann, wenn man sich quasi anschaut, welche dieser beiden Strukturen einen größeren Einfluss auf Lernerfolge haben, sind die Tiefenstrukturen dabei in jedem Fall als Lernwirksame oftmals zu sehen. Kognitive Aktivierung wird nicht nur durch Faktenwissen erfolgt, nicht nur durch den Abruf von Faktenwissen. Und eine konstruktive Unterstützung zielt vor allem auf die Verförderung vom eigenständigen Lernen. Das Liederwort ist sehr spannend. Wir haben auch schon sehr viele Millionärinnen und Millionäre. Ich würde Sie auch noch dazu auffordern, sich quasi die Deadlines für die Aufgabenteile, die Sie noch absolvieren können, also die Mindmaps, die Blogs und die Erklärvideos genau anzusehen, weil diese Deadlines auch bald, quasi die Deadlines sind bald. Das heißt, wenn Sie quasi zum einen im Leaderboard noch weiter nach vorne kommen wollen, so langsam wird es dafür Zeit. Beziehungsweise sehr viele von Ihnen sind auch schon Millionärinnen und Millionäre. Das freut mich ungemein. Ein paar von Ihnen sind knapp davor. Würde ich ebenfalls noch erbuntern, sich genauer anzuschauen, okay, wie man die restlichen Punkte auch noch erwerben kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Punkte allgemein noch erworben werden können. Sie können sich das aber in der Kristallkugelfunktion auch noch genauer angeben. Ich glaube aber, so etwas um die 400.000 Punkte oder so, Frau Steider kann das auch gerne in das Chatfenster jetzt auch gleich nochmal schreiben, sind auch theoretisch noch zu holen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade bei so 700.000 oder so liegen würden, hätten Sie trotzdem doch die Möglichkeit, den Teilnahmeschein, der auch als Prüfungsberechtigung fungiert, zu erwerben. Okay, all right. So, das Thema für unsere, okay, eine Frage, wenn man Klausuren oder wenn man, ich gehe jetzt kurz eine Frage aus dem Chat vor, weil es relevant ist, ob man nach der Deadline die Möglichkeit hat, eine Abgabe zu machen? Ja, Sie können nach der Deadline gerne noch Abgaben machen, aber diese Abgaben geben Ihnen keine Punkte. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie lernen, auch friskerecht die Sachen einzureichen. Zweite Frage, was passiert, wenn Sie nicht auf die Punkte kommen? Dann werden Sie leider in diesem Semester keinen Teilnahmeschein erwerben und werden aber quasi wieder im nächsten Jahr die Möglichkeit dazu kriegen, damit Sie diese Veranstaltung dann auch wieder, oder dass Sie dann eine weitere Möglichkeit haben, die Veranstaltung zu bestehen. Prinzipiell, Sie haben ja auch knapp die Möglichkeit, also Sie haben die Möglichkeit ja gehabt, fast zwei Millionen Punkte im Verlaufe des gesamten Semesters auch zu erwerben und da so knapp über 50 Prozent ist für viele von Ihnen sicherlich auch eine Herausforderung, das genau zu planen, wann Sie etwas wo wie absolvieren. Aber das ist auch ein Teil vom Studierendenprozess und auch zu lernen, okay, wie teilt man sich Zeit ein, Stichwort Selbstregulation, wie können Sie sich auch dann quasi im Leben, wenn Ihnen kaum Vorgaben gemacht werden, da auch sich entsprechend vorbereiten. Okay, so, jetzt aber zu unserem Thema der digitalen Medien und zwar zum Lernen mit Medien. Boah, ich sehe gerade, 700.000 Punkte können Sie theoretisch noch holen, das heißt vielerlei Möglichkeiten. So, digitale Medien. Was wir uns quasi anschauen wollen, ist in unserer Veranstaltung heute, was wir unter dem Medienbegriff verstehen, welche Befunde wir so zum Lernen mit digitalen Medien haben, wie man mit digitalen Medien lernen und wie man mit digitalen Medien gut lernen kann. Lernen mit digitalen Medien wird auch unter anderem als ICT, Literacy, auch häufig bezeichnet. Allgemein zum Lernen mit den Medien, das ist auch kein neues Thema. Wir denken zwar daran sofort an Computer, Tablets, Beamer, aber schon früher wurden gewisse Medien wie Schrift, Bücher, eine Tafel als Medien bezeichnet und bei jeder Veränderung gab es wirklich auch großen Widerstand teilweise, dass sich früher die alten Philosophen darüber aufgeregt haben, boah, wenn Leute schreiben lernen, dann verlernen sie nachzudenken, weil mit dem geschriebenen Wort dann nur Informationen wiedergegeben werden, anstelle sich selber kognitiv damit auseinanderzusetzen und genauso wie es früher auch sehr kontrovers, so allein das Schreiben, die Schrift, Bücher als Medium kontrovers diskutiert wurden, so haben sich in den letzten 20, 30 Jahren mit dem Eingang der digitalen Medien wie Computer, Tablets, dem Internet ebenso kontroverse Diskussionen kamen auf, die solche Medien in Nutzung kritisch auch betrachtet haben und auch reflektiert haben. Allgemein betrachtet man mit Medien vor allem kognitive und kommunikative Werkzeuge, um Informationen zu speichern und zu vermitteln. Und von daher ist es auch wirklich wichtig, quasi so die Funktionen von Medien zur besseren Informationsvermittlung dann auch zu betrachten. Als kognitive Werkzeuge haben Medien auch wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Aufgaben, die man machen kann, wie zur Information, zur Präsentation, zur Gestaltung beispielsweise von Lernaufgaben, vielleicht in einer Online-Lernumgebung, adaptiv, aber auch zur Prüfung, wie Sie das jetzt auch bald bei unserer Klausur erfahren werden. Prinzipiell kann man drei verschiedene Perspektiven zu Medien differenzieren. Das ist vor allem die Perspektive vom Präsentationsmedium, wo was quasi als Beispiel der Computerbildschirm da zu sehen ist, als Repräsentationsmedium. Beispielsweise, wenn Sie sich Animationen oder Grafiken oder Schaubilder anschauen. Also wir haben auch ja in dieser Vorlesung wirklich vielerlei Prozessdiagramme gesehen. Das sind alles Medien. Und die sensorische Modalität, also wenn Sie quasi Medien konsumieren, mit ihren Sinnen, das Hören, ist das ebenfalls eine Form von Medien. Und quasi, wenn Sie sich die Forschung zu Medien allgemein betrachten, ist es vor allem wichtig, sich anzuschauen, okay, wie Medien eingesetzt werden, um halt Lehr- und Lernprozesse zu unterstützen, wie Sie es auch quasi in der Vorlesung zum Angebot zum Nutzungsmodell gesehen haben. Der Lernerfolg hängt wirklich von sehr vielen verschiedenen Variablen dabei auch ab. Wir wollen uns jetzt das multimediale Lernen als ein Beispiel für Lernen mit Medien etwas genauer betrachten. Und zwar, multimedial wird Lernen bezeichnet, wenn Sie mit verschiedenen Repräsentationsmodi erfolgt. Also dies ist in der Regel verbal und auch pictoral. Von der Sichtweise der pädagogischen Psychologie ist es dabei auch insbesondere wichtig, wie Informationen, die halt in diesen verschiedenen Repräsentationsmodi dargestellt werden, wie diese repräsentiert und auch verarbeitet werden. Es gibt dazu drei größere theoretische Ansätze, die ich Ihnen jetzt hier in dieser Vorlesung genauer vorstellen will, damit Sie einen kleinen Überblick bekommen vom pädagogisch-psychologischen Hintergrund, welche Prozesse bei einem solchen Lernen stattfinden. Dies ist zum einen die Theorie der kognitiven Belastung. Und die geht auch vor allem darauf zurück, auf diesen sogenannten Cognitive Overload. Der Begriff ist auch schon ein paar Mal in dieser Veranstaltung gefallen. Und Sie werden Ihnen auch vielleicht schon, Ihnen wird dieser Begriff auch wahrscheinlich schon vorher begegnet sein. Und zwar, wenn Sie sich an das Arbeitsgedächtnis und an die ersten Vorlesungen erinnern, das Arbeitsgedächtnis ist nur sehr begrenzt. Und Sie können nur eine begrenzte Anzahl an Informationen speichern. Und die Theorie der kognitiven Belastung geht jetzt nun vor allem darauf hin, dass bei der Aufnahme von Informationen verschiedene Belastungen auf das Arbeitsgedächtnis wirken. Zum einen, je nachdem, wie komplex Lerninhalte sind, führt dies zu einer sogenannten inhaltsbedingten kognitiven Belastung. Dann, je nachdem, wie hoch Ihr Vorwissen oder Ihre Expertise ist, beeinflusst dies Ihre kognitive Belastung. Und als dritter großer Aspekt die Lernumgebung, die auch dann beeinflusst mit dem Zusammenspiel, was Sie für Lernaktivitäten, Stichpunkt Lernstrategien, verfolgen, wie dies sich darauf auswirkt, welche Lernrelevante Belastung Sie haben, beziehungsweise die sachfremde Belastung. Also, wenn die Lernumgebung nicht förderlich ist oder wenn sie viele äußere Einflüsse haben, die eine Belastung darstellen. Und dies, solange dies quasi, sofern diese Belastungen zu groß werden, spricht man dann von einem sogenannten kognitiven Overload oder auch der kognitiven Überlastung, was dann zu einer dramatischen Reduktion vom Lernergebnis dann auch führen kann. Das heißt, es ist quasi wichtig, wenn Sie Lernumgebungen designen, wenn Sie, dass Sie da insbesondere auch einen Wert darauf legen, weil was Sie, wenn Sie Lernumgebungen designen, vermeiden können, ist es das Design. Dementsprechend so zu orientieren, dass die Lerner auch vor allem auf die Lernaktivität fokussiert werden, um die vor allem die sachfremde und die lernrelevante kognitive Belastung, wenn möglich, zu reduzieren. Eine zweite Theorie, und zwar die kognitive Theorie der Informationsverarbeitung, greift vor allem dabei wieder von diesen Gedächtesmodellen auf. Und Sie haben das auch ja schon zu Beginn des Semesters gesehen. Vor allem, wie Informationen wahrgenommen werden. Das heißt, vor allem mit dem auditiven und dem visuellen Kanal. Und je nachdem, wie Informationen dargestellt werden, werden diese dann im sensorischen Gedächtnis anders wahrgenommen. Und auch die Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Und Sie sehen das quasi. Klange, Vorstellungsbilder, verbales Modell, piktorales Modell, hat dann einen Einfluss darauf, wie Informationen verarbeitet werden. Also ein Beispiel ist das quasi in der Sprache, in der Linguistik sehr spannend. Solche Wörter oder solche Wörter wie irgendwie the lion roars. Dieses roar ist dann als Klang spannend, weil es halt sowohl schriftlich als Wort in das Gedächtnis kommt. Allerdings auch über das Hören, die Klänge, dann quasi das Brüllen eines Löwen, dann auch repräsentiert. Genau. Und dies kann dann quasi zu gewissen, je nachdem, wie Sie dann Lernumgebungen gestalten, kann dies, wenn Sie die verschiedenen Kanäle besser fokussieren in Ihrer Lernumgebung, kann dies halt förderlich sein. Sowohl bei dem Eingang zum sensorischen Gedächtnis, als auch für die Arbeitsgedächtnisverarbeitungsprozesse. Dann als drittes Modell ist das sogenannte Hamburger Verständlichkeitskonzept, was Ihnen verschiedene Ratschläge gibt, wie Lernumgebungen designt werden können, um beispielsweise so eine kognitive Überlastung zu vermeiden. Dies ist beispielsweise, wenn Sie sich statische Visualisierungen betrachten, piktorale Bilder vergleichen mit schematischen Darstellungen. Dabei ist es halt oftmals zu sehen, dass in Bezug auf Lernerfolg und Wissenszuwachs instruktionale Bilder oftmals als lernförderlicher auch gesehen werden. Oder dass man auch mit analogen Bildern abstrakte Begriffe auch gut veranschaulichen kann. Bei dynamischen Visualisierungen wie Animationen oder Erklärvideos beispielsweise werden Lernprozesse vor allem dann auch veranschaulicht, wenn der Lernprozess unterstützt werden kann. Und dies kann vor allem dann geschehen, wenn sie realistisch sind oder wenn sie prozessbezogen einzelne Handlungsschritte, die vielleicht komplex sind, also auch in vielerlei Bestandteile, die eventuell auch gleichzeitig passieren, dann unterteilt werden, um die einzelnen Komponenten dann auch besser zu erdeutern. Oder wenn Sie sich anders überlegen, dynamische Visualisierung beispielsweise im Bereich der Naturwissen schaffen, wenn Sie da quasi in so eine Visualisierung hereingehen können, die drehen können, vielleicht irgendwie reinzoomen, herauszoomen, damit Sie da Vorstellungsvermögen von den Konsumenten ihrer Lernumgebung, dass Sie das möglicherweise mangelnde Vorstellungsvermögen dann mit dieser Visualisierung ausgleichen können. Also Sie sehen quasi zum multimedialen Lehren gibt es wirklich insbesondere in Bezug auf wie Informationen verarbeitet werden, eine Vielzahl an Möglichkeiten da auch Lehr- und Lernprozesse auch zu unterstützen, um auch eine kognitive Bedastung dann auch zu vermeiden. Okay, ich würde Sie jetzt bitten, an die vielen vorherigen Beispiele, die ich Ihnen gegeben habe, zum multimedialen Denken, zum multimedialen Lernen zu denken oder dass Sie sich auch ein eigenes Beispiel ausdenken und dann in drei und dann in einem Breakout-Room, den wir quasi so unterteilen, die Gruppen 1 bis 7 überlegen sich, wie man eine Lernumgebung gut gestalten kann auf Grundlage der Theorie der kognitiven Bedastung, die Breakout-Rooms 8 bis 12, wie man Lernumgebung gut gestalten kann aufgrund der kognitiven Theorie der Informationsverarbeitung und die restlichen Breakout-Rooms aufgrund des dritten Ansatz, der Ihnen vorgestellt wurde. Okay, ich teile kurz die Gruppen ein. Auch wieder zu empfehlen, die Vorlesungen vielleicht vorher herunterzuladen, damit Sie auch noch mal genau wissen, was das jeweilige Konzept auch betrachtet hat. Und ich freue mich dann auch schon, danach wieder von einigen Gruppen die Ergebnisse im Chat dann auch zu sehen. Okay, fünf Minuten Zeit geht los. Ab jetzt! Vielen Dank! 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 ! Vielen Dank! ! 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